Herzlich Willkommen zum nächsten Part von Luigi's Mansion 3. Ich kann es kaum erwarten, jetzt endlich herauszufinden, was wir mit diesem Teil tun können. Und ja, das werden wir jetzt auch direkt mal nachgucken, mit dem Aufzugsknopf. Wobei wir die Etage noch nicht zu 100% geknett haben natürlich, aber ich glaube, das bewahren wir uns für ein anderes Mal auch. Ich glaube, die 100% werden später irgendwann mal kommen. Jetzt bin ich storyfokussiert. So, dann wollen wir mal. Boah, so. Nummer 2. Die Animation kann ich auch nicht überspringen. Fast schon schade. Luigi, du kannst jetzt mit dem Aufzug direkt zu E2 fahren. Ich würde sagen, dass du das direkt mal ausprobieren solltest. Ja. Gastronomie-Unterhaltung. Let's go. Mal gucken, was uns da erwartet. Du, 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 du. Ach so, ja. Hä, hier waren wir ja noch schon. Ähm. No. Nein, nein. Ach, nein. Wie soll ich da jetzt hinkommen? Die Tür ist gesperrt. Okay. Also, was war hier eigentlich nochmal? Oh, wie komme ich denn da jetzt rein? Oh, die Tür... Die Wand da ist brüchig. Da müssen wir ja gleich eh rein. Aber wenn wir jetzt eh auf Etage 1 sind, kann ich die auch eben... ...clearen. Das hatten wir schon, glaub ich, gecleart hier. Aber ich guck's gern nochmal nach eben. Ja, hatten wir schon. Aber irgendeine Möglichkeit muss es ja jetzt geben... ...an das Ding da dran zu kommen. Das kann doch gar nicht. Da musst du safe einfach mit so einem Ding abschießen. Nee. Hä? Die wollen mich doch verarschen. Oh. Was? Ja. 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 Ja! Ja. 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 Flue-ie-tree? Willst du es? War auch nicht so richtig. Mysteriös. Zitzen. Zitzen. Ich weiß, es ist noch nicht so ganz. Oh, da ist auch noch einer. Den werfe ich einfach um, du. Der älter kenne ich nichts. Der ist weg. Ich gebe mir den Kristall. Boah, es fehlen noch drei. Was ist da los? Ach, da war ich. Da war ich, okay. Aber ich weiß nicht, woher noch so viel sein soll. Ja, das, das habe ich richtig gesehen. Dass das irgendwas auslöst. Mach. Oh, da ist der rote. Ich habe noch zwei. Ich habe noch zwei. Aber die würde der richtig anwesieren, wenn da irgendwas machbar wäre. Und hier weiß ich auch noch nicht, wie es gehen soll. Ich muss doch irgendwas geben, was dazu beitragen kann. Wofür ist hier, dass ihr aufgetabelt? Wofür bist du? Wofür bist du? Ah, nee, das war ja für das andere. Das hat ja schon eine Funktion gehabt. Da habt. Ah, da sind... Seht ihr nicht auch diese... Schatten-Effekte auf diesem Schreibtisch? Das kann doch nicht. Aber ich weiß nicht, womit es zusammenhängt. Naja. Gehen wir erstmal weiter. Ich finde, wir haben hier gerade ordentlich gecleared. Schon. Aber vielleicht kommt man von oben da mit Luigi rein. Warte mal. So, jetzt bin ich Etage 2. Oh ja. Oh ja. Ich bin ein Genie. Ich weiß zwar noch nicht, was es mir bringt, weil irgendwie komme ich jetzt auch nicht weiter. Vielleicht erfordert das Teamwork von beiden. Nein! Kann ich. Ich kann das Stockwerk nicht wechseln. Irgendwas hat es mit Luigi auf sich, aber ich weiß nicht was. Ich bin doch jetzt schon dahinter. Jetzt sagen wir doch, wie es geht. Und da habe ich das jetzt schon rausgedrückt und kann da jetzt mit dem Pömpel arbeiten. Glaube ich, aber irgendwie nicht. Och, Junge, jetzt gehen wir doch nicht auf den Sack. Ich löse hier gerade ein Rätsel. Ne, das geht immer noch nicht. Ja gut. Ich beibe den Ansatz mal im Kopf. Vielleicht wird der uns später noch weiterhelfen. Ich weiß es doch. Ach so. Kenne ich nichts. Stimmt. Du hast recht, Hund. Was für kein Durchgang. Boah. Du hast gar nicht den stinkigen Käse mit. Oh, oh mein. Oh, oh, oh. Ähm. Ich denk mal. Das Zeichen war eindeutig. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Oh, warte mal. Das wär ja krass. Warte, es gibt Missionen. Da sehe ich immer die Anzahl der Juwelen. Okay, 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 okay. Boah, dieses alte Luigi's Menschenfeeling jetzt auf der Switch in HD ist so wundervoll. Leider kann man den zweiten Teil, zumindest bisher, nicht spielen. Nach meinem bisherigen Stand kann sein, dass das jemand nochmal machbar sein wird. Aber so bin wieder da, habe ich was verpasst. Nee, nichts Wichtiges. Ich weiß nicht, wo du gegangen bist, aber eigentlich haben wir viel erkundet, so. Da kommst du mit Luigi auf jeden Fall hin. Mit Luigi kannst du da oben ja nur genauso gut abräumen. Nein, mein ganzes Geld. Oh, die haben Hunger. Nein, 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 nein. Oh, Nero. Ähm. Ja. Das sind etwas viele, du. Ja. 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 boah, yo, richtiges Massaker gerade. Logik, frisches Brot in einem Geisterhaus. Du musst gehen raus, wie soll ich das sagen? So. Safe, man kann den Käse wieder zusammensetzen. Nee, kann man nicht, hä? Oh, nee du. Was hat mein Hund gemacht? Ähm. Oh, hey. Mm hm. Hm. Hm? Mm hm. Oh, hey. Oh, hehehehehe. Mhm. Oh, heh. Mhm. Aw. Oh, hey, ha, ha! Oh, ha, 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 hey. Mm hm. Ich bin voll im Gameplay drin. Ich glaub, der ist nur pisst, weil ich sein Dings kaputt bin. Ich versteh die Boss-Mechanik nicht. Das hilft meistens. Oh, aber hier auch nicht. Oh shit, du. Das war wirklich die Lösung. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay, okay, okay. Halt ran, halt ran, halt ran. Ab 60 ist er safe. Okay, jetzt muss er auch schon safe sein. Boi, jo, der war der erste, der ein bisschen... Da ist ein Juwel, jawohl. Ich hab keine Ahnung, was ich hier gerade getan habe, aber es war effektiv. Ich hab auf jeden Fall erstmal hier so... Ey, nee, mach dich hier. Hey, nee. Boah. Einfach mal einen Trunhahn, Alter. Wo kommt der andere Weimar? Seenraum habe ich ja hier freigeräumt. Meinst du hier drin, oder? Oh, okay. Okay. Das war's für heute. Oh? Wow! Hmm. Was ist mit dem Ding passiert? Was war das denn für eine Aktion? Wie kann ich den Block denn jetzt auftun? Das ist ein Kühlschrank, also wenn ich hier an der Uhr drehe Äh, jetzt habe ich hier einen Eisblock, toll Da ist übrigens noch irgendwas drin Ach, da kommt ja Fluichi dran Bis zum nächsten Mal beim kühlhaus kann man ja bestimmt kein eisblock enttauen ja da war ich jetzt drin in der piranha danke für den tipp noch mal ich weiß es ist auch kein kochen das wasser das hier wird zu leicht ich hätte ihn ja da reingelegt aber oh warte auch nicht das ist es 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 Zähne 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 Was ist das? Oh Leute, mein Mikrofon war aus. Vielleicht fehlt uns da noch eine Fähigkeit, man weiß, wenn nicht. Und nicht in den anderen Raum kommen. Das geht nicht. So, wo ist der Hund lang? Das hier ist nicht die Maus. Ich kann die so einfach rausglocken. Jetzt aber. Oh, komm schon. Oh Mann. Nein, 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 nein. Das ist doch ein schlechter Witz, ganz ehrlich. Was soll das denn? Jetzt jage ich hier wie so ein Idiot über die ganzen Etagen oder was? Ja Hier im Raum war ich doch schon Ist kein Ding, ist das Billardzimmer Wer bist du denn? Du Spaten So Gekehrt Och komm schon Das ist ein schlechter Witz Wie lang geht der Part schon? Oh 33 Minuten Und ob wir die Maus fangen Seht im nächsten Part von Luigi's Mansion 3 Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und jo Bis zum nächsten Part war